Hi, ich bin Sonja, ich bin 26, Schauspielerin und bin Hamburger DERN und mich hat es nach Köln verschlagen. Bin schon wieder rumgekommen in der Welt, hab viel Erfahrung gesammelt für meinen Schauspielberuf, weil ich denke, Schauspielerei ist ja auch Erfahrung sammeln, Leute beobachten, konnte ich eigentlich ganz gut. Da, wo ich überall war, Spanien gelebt, Portugal, Brasilien, ganz anders wäre halt auch in anderen Sprachen zu schauspielen. Spanien, Espanol, kann man auch viel besser fluchen eigentlich. Ich habe simultan Dolmetschen auch studiert und da ist sehr viel Schauspiel drin. Also es ist immer wieder interessant, finde ich, wenn ich dolmetsche, wie viel ich eigentlich von der Schauspielerei immer mitnehme. Weil man muss sich auf den Redner einlassen, man muss den Redner letztendlich irgendwie repräsentieren und die Emotionen müssen rüberkommen. Man ist nicht nur so eine Wortmaschine, die irgendwie, ja, die Wörter halt in eine andere Sprache bringt, sondern man ist der Mensch, der die Rede hält. I did acting while I was living in the US. It's quite a while ago, but I'm still going over there because I have my friends over there and I went to school there. So, that would be a dream. Ich spreche auch Spanien, weil ich viel Zeit in Madrid war, und es kann auch sein, dass es eine Möglichkeit gibt, etwas in diesem Sprache zu machen. Ich spreche Portugaisen. Ich war in Lisbon, es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt. Ich denke, es kann auch sein, dass es eine Möglichkeit gibt, hier. Ich spreche Italien, auch ein bisschen, und ich kann ein Film in Francais machen. Ein bisschen in Niederland. Traumrolle gibt es eigentlich gar nicht, weil ich mich irgendwie in alles reinfallen lassen möchte.